Hallo zusammen, mein Name ist BossyHD und ich begrüße euch zu einer Runde BattleBlock Theater. Ich spiele hier mit meinem guten Freund Neriani, falls du überhaupt namentlich genannt werden willst, ich weiß gar nicht. Es geht auch Alex einfach. Alex, perfekt. Und dann suchen wir mal. Also, dann sag ich auch mal direkt Hallo! Und ich habe keine Ahnung worauf ich mich hier einlasse. Ich wurde gezwungen hierzu. Wird hier vergewaltigt. Gut, ich versuche mal ein Spiel zu hosten, falls man über das Teamworkster connecten kann. Modus Normal oder Modus Irre? Das zweite klingt richtig perfekt für mich. Wirklich? Ich habe normal gemacht. Na gut. Lobby nur für Freunde. Perfekt. Wir sind Freunde, glaube ich. What the fuck, Spieleinstellung. Ach, ich kann jetzt meinen... Okay. Kann ich hier joinen? Ich bin überfordert. Ah ne, ich bleib erst mal bei dem Standard-Vieieckigen Kopf. Ah, da kann ich aber ansonsten nichts anderes machen. Na gut, bereit. Ah, jetzt bin ich... Okay, ja. Kannst du mich über Steam-Overlay irgendwie erreichen? Nein. Nein. Dann LB. Ich kann Freunde einladen. Oder auch nicht. Warte, warte, da kommt was. Kommt was? Irgendwas. Irgendwas passiert hier. Oh, ja. Warum bist du auch Luki, Luki? Mann, bin ich cool. Ich glaube, hier sind die Farbe. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Einstellung allerdings mal blau als Lieblingszauber ausgewählt. Ich habe Farbe ändern. Ah, aber wir ändern uns alle. Okay. Ne, dann lassen wir uns das. Das ist interessant zu wissen. Ja. Ich mache mal bereit. Jo, äh. Let's go. Warum geht das Spiel eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Gut, weitermachen. Das finden wir schon früh genug heraus. Oh, Alter. Oh, Alter. Hm. Und ein Gentleman. Turn the lights down low and shut your faces as I rap you in the cozy blanket of a story. A story is heartwarming and soft as a mother's kiss. Or is it? Shhh. Once upon a time there was a boat. Now this wasn't just any boat, children. It was a ship. A ship full of friends. Hundreds of friends. Best friends, one and all. A veritable friendship it was. Get it? But it wouldn't be very ladylike of me if I didn't mention the most noteworthy friend on board. Hattie Hattington. Say hi to Hattie. Hattie was like king friend of friendship kingdom. Best friend to one and all and the walking definition of handsome gentleman. Now one fine morning Hattie and Pal set out for a new exciting adventure. What fantastic wonders would they discover this time? Perhaps they'd come across a scary ghost ship. Perhaps they'd find an island made entirely of candy. Perhaps they'd meet a band of scary swashbuckling pirates and join forces to find an island made entirely of candy. Who knew? But it didn't matter. So long as they were together there were smiles to be had and adventures to be shared. Now today it was a day like any other adventury day. Spirits were uncrushably high. Everyone was singing and dancing and having a jolly time. And suddenly the ocean was all like surprise. And a huge massive storm brewed out of nowhere. Wuzhoo. 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 Boy that was quick. Wuzhoo. And there was thunder. Boom. And the lightning. Boom. And the wind. Boom. Wuzhoo. Ich dachte gerade eben noch, wir sind bei Spongebob. Nein, wir sind bei Takeshis Castle. Okay. I don't know what I do if I lost even one of you. Hattie continued. But the eye of the storm is very misleading children. Never turn your back on it because the ocean was all like psych. And it came back even bigger this time. Twice as big. Wuzhoo. As if Poseidon himself extended his hand in friendship and they spat in his mouth. Wuzhoo. Gross. Wuzhoo. Wuzhoo. Boy he was pissed. He was mad. And the rain came down like a shower of bullets. Ah. Ah. And the floorboards were buckling and creaking and breaking and pieces of things were raining down like showers of broken dreams. And then Reginald comes upstairs and he's all like I say gentlemen I do believe we're in quite a spot of father. And everyone else was like really what tipped you off genius. And then Hattie was all like hey be nice. Wuzhoo. 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 Huge giant waves thrashed the boat to and fro. Fro and two. Carelessly sprinkling friend after friend into the cold unforgiving abyss of the deep dark ocean. Everyone was screaming like help me splash. Splash. And there was this huge wail like mwaaaan. Made it super scary. And I think there was a shark. Wuzhoo. Yup. There he is. Oh god. Wuzhoo. 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 And then Hattie was all like hold on to your butts. Land ho. And bang 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 smash. A shipwreck has a shipwreck has been told by their fate books of fate. Oh god. Why? I have a shipwreck in my head. This is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS Friendship. Yeah. SS Friendship. It's a mix of Borderlands and My Little Pony. I feel like that. Irgendwie. Yeah. But we're going back in action. Wow. Double Jam. Was? I could go on your head, right? Wait. Yeah. I'm going back in action. Come on. Oh. Oh. I'm going back in action. Come on. Okay. Oh. We're going back in action. We're going back in action. We're going back in action. ach so scheiße wir können okay wir hätten uns aber das aber hat man endlich diskuss ja okay wir sind zu identisch irgendwie aus spieleinstellung aber das geht auch ich habe mir jetzt mal okay das soll ich mit absicht okay das echter cash ist karte wir schauen uns jetzt schon in schädler ja da wird ja das hat er schon gelernt oder sind schon kann man nichts mitmachen also hier hoch gut dass die sicht auch raus und ja wenn ich zu weit mich entferne von dir dann ist er nimmt ja immer da kommt auch ein timer wenn einer schon durch die tür gegangen ist was war da oben waren diese kommenden fischer und mein kontroll gehirn schnecke genau hier aus zu passieren fragzeichen verstören mich okay sind denn ich mal sonst ein freundschalten der letzte gefangene wer war der letzte gefangene von jetzt machen kann es sieht irgendwie merkwürdig aus ich bin doch mal angegangen oh gott retro filme dann hätte ich verraten das zum thema video das sieht richtig aus das sieht so ein bisschen aus wie sie von mario ja okay also dinger sammeln und irgendwo rein tun das kriegen wir hin okay ja ich habe schon mal eins was eine sauerei ich bin auf den boden gesprungen und dann bist du hoch gefeuert worden lass dich mal da reinfallen ja das hat geklappt okay verstehe okay okay so klopft das sehr gut geil was mal hier rechts geklappt ja unten ist zwar schon die exit aber wir müssen noch mehr sammeln das war wunderschön oh man das spiel ist verscheuert okay okay da gibt es nichts mehr ja ich bin schon auf dem weg ja da 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 okay wir werden uns bestimmt eher im weg stehen als aber wir hätten klopft das war easy da kommen wir vor wie in der matrix verstehe nichts aber wir hätten noch ein bonus machen können hätten wir da waren wir waren unfähig okay das heißt schnell 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 ja es die work und wie komme ich darüber ich glaube dass dazu gut ah ja jetzt alles klar wir sind gut wir sind gut da müssen wir runter warte da ist noch so ein okay und du ich glaube hier hoch yes was ist das ich mach das oder soll mir da hinten noch mal nach links ich denke wir müssen nach links also wir haben jetzt fünf an diesen dinger wo ich gibt es mehr oder boden konnte ich glaube hier stehen auf lauf an jufu nein 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 aber nicht dass du da hin okay sollen wir das machen ich glaube hier von hier unten von dem ja ach so okay oh das gibt den okay ich werde ich wieder rüber so gut wir sind so gut wo müssen wir hin wo sie sechs jetzt können wir das war hinten rechts das ist irgendwie so geil bekommen wir ein paar mario ja das ist ein gegner das ist ein gegner da ist ein wasser hast du jetzt verflügt habe ich den mini hat geil dein boden ist aber bestimmt nicht aber eigentlich soll das wir haben alles und vollknoll direkt von der katze ausgekotzt ja sehr schön doch die spucken wolken oder aus er ist in der fügel mit extert da finde ich mein tod geschossen ich habe den pack was ich würde auch einen haben hier unten ist noch einer du kannst immer wieder schießen jetzt ist er verbraucht schade das ist sehr schön voller aber warte mal hier ist noch so ein teleport dinge wo bin ich also wenn man sonst nicht mehr hoch hätte sein könnte dass wir den anderen wir haben es geschafft irgendwie ich weiß nicht wie es wird das war es oder hatten gar nicht anscheinend ist ein perfekt so muss das sein ist ja immer wenn ich diese fische ein etwas kann ich kann die nicht mit frisbees abwerfen möchtest du ein paar gefangene freischalten ich will hast du die richtigen waren das geht wie so drogen dealer das steht auf dem schild waffen und zubehör ja nein das letzte mal dass wir das gemacht haben sind wir explodiert der schultertaste die von mir ach das ist eine handelsstation okay hier kann man items handeln komm ich raus handelsstation ok noch eine ja warum nicht jetzt im hoch und was ist der licks präsent und session muss ansabern was hast du da jetzt gemacht ich hab keine ahnung ich hab ein gefangene befreit nein das wollte ich nicht du hast ein gefangene befreit jetzt kann man als die spielen okay wir schalten damit spieler frei ich weiß nicht ob ich das hätte tun sollen achte da mal auf die habe ich das eigentlich gemacht ach das kostet das kostet 10 ja ich hab die ausversehen irgendwie ausgegeben gerade ich hab noch sieben ja ich auch ich denke ich habe unsere ganze währung zusammen aufgegeben und ich hab bin durch die tür gegangen ok machen wir das irgendwann mal aber ich glaube jetzt haben wir weitere figuren die wir benutzen können mal gucken spiele anstellen aber was haben wir denn ah ja guck mal kann die waffen nicht wechseln da das besuchte für die elefantenmonster äh der ist aber irgendwie scheiße wir sehen du hast doch glaube ich einen von diesen runden ne oder treiben von wem hast du ihn eingeholt achso ne die bekomme ich gar nicht ah äh ich hab da aber auch jeder drauf kannst du den elefanten nehmen nö dann kauft jeder für sich selber ein gut äh mach mal einfach weiter das ist Mist aber naja von mir aus dann kommen wir mal auf jeden fall sieht es dann so aus ähm weil jeder von uns hat also jeder hat seine eigene währung glaube ich ja das kann gut sein um den muss ich mich er kriegt direkt von mir als drauf komm her ich kann karate das war sehr gut bäm voll auf die der lebt noch bäm so ah das war ich nein ich ertrecke ich hab ihn getötet kann sich auf jeden fall nicht mehr retten ok ich warte vielleicht oh das zum thema ich warte grad bis die steine wieder kommen komm schon nein nein ohja du streng dich an es geht doch was ist hier los was gibt es hier ah verdammt natürlich ja ich glaube ich einfach ich bin der pyramid guy aus silent hill momentan kommst du mir eher aus wie oh scheiße oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott okay das ist gespawnt wenn wir was was passiert wie gut dass ich hier unten bin ähm ah scheiße ähm wie machen wir das ach so clever ich geh auch mal hier oben oh hier war noch ein was versteckt ist tja da da komisches ninja kitten dinge wir haben deine vorfahrt mein wartebäuchen oh Moment ich komme nein 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 au ach man betäubt auch nur man macht doch man macht die ganz kaputte gestartet was äh das war's glaubt wir haben wir alle was soll's was soll's regelmäßiges versagen ist auch eine form der zuverlässigkeit ja das ist auch so wir brauchen mindestens drei zwei oh nein oh nein da war noch eins verstehe okay hier komme ich nicht runter was ist das für eine saure das Musik gefällt mir fahrer nein 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 ich bin wieder da weee ja irgendwie komme ich hier schuldige schiebe Oh, ne so... Ähm... Ah, nein, 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 was hast du getan? Warum? Warum? Das sagt er irgendwie automatisch. Ich beeilen muss er das nicht. Au! Oh. Das war schon wieder ich. Ach, Quatsch. Äh, ich komm mir vor wie die Dinger aus hier, Monkey Island 3, diese komischen, äh, vegetarischen Kannibalen. Was ist hier los? Ich mach dir einfach mal. Ja, du machst einen auf Pyramid Title. Äh... Hui! Ich will dich wissen aus, äh, was diese... Oh! Diese Blöcke bestehen. Ich weiß es auch nicht, aber diese Katzen sind bestimmt der Soviet Nation angehörig. Ja, so sehen die aus. Aber die sind auch immer nur putzig. So, in Sowjet-Russia. Cats hit you. Nein, äh... Und das drauf hier. Oh fuck, oh fuck. Wortgewordge... Okay, das sieht aus wie der falsche Weg. Yeah. Ich weiß nicht, wie ich da... Oh, scheiße. How? Okay, ich hab ne Idee, komm mal runter, ich werf dich rüber. Ja, das hat geklappt und wir kommen wieder. Ah, da ist bestimmt ein Geimgang hier auf der Wolke. Ach, scheiße. Yes. Guter Mann. Wir haben alles komplett. Sehr schön. Wir sind gut. Wir sind einfach zu gut. Takeshi hätte keine Chance gegen uns. Ja, sehe ich auch so. Wir sollten da mitspielen. Hey, wir haben jetzt wieder alles. Hey, gut. Ah! Okay, das letzte Level. Ich glaub dann noch kommen wir wieder in die Lobby. Dann... Oh. Ähm. Boot, komm her! Wenn wir beide, glaub ich, in die selbe Richtung gehen, dann geht's schneller. Ja. Ah! Dann hat das wirklich geklappt. Ist das Rutschlicht da? Äh... Ich mach das schon. Ja. Da hat er gut geklappt. Na toll. Warte mal. Ah! Oh! Das sieht rippisch aus. Tja, wie unsere Vorfahren, die Affen. Ja. Schieb ich. Statt mitzuschieben? Nein! Was? Kann man auch aufklettern, oder? Aha. Laser! Jawoll. Geil, du machst doch schon. Ich hol schon. Erzählt uns irgendwas und ich kann nicht zuhören. Ich hab hier gedrückt halten. Wer erzählt was? Der Typ im Hintergrund. Ah! Warum hast du das getan? Hier oben! Hier oben! Wie kommen wir da hin? Klapp einfach gedrückt gehalten. Einfach springen. So. Und wie... Da ist so ein... Ah! Eigentlich sollte man, glaub ich, da anders hin kommen, weil da ist noch so ein... Egal, wir haben unseren eigenen Weg gefunden. Das stimmt. Oh, scheiße! Warte, hier hinten ist, glaub ich, auch noch eins. Was? Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. Das war doch gut. Sag ja. Ja, ja, ja. Wir sind einfach zu gut. Ne, definitiv. Und... Wir sind wissende Wissenschaftler. Mal gucken, wenn wir jetzt in die Lobby kommen, würde ich sagen, wir machen erstmal hier einen Cut an der Stelle. Hm... Von mir aus. Dann werden die Parts nicht so lang. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, da würde ich sagen, mach mir hier einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao! Ciao!